Jetzt haben Sie die Rezeption im Haupthaus. Hier ist die Gestaltung des Service. Hier kann man sich ein Flussstück an der Karte aufstellen. Da steht was drauf, das kostet 10 Euro extra. Oder halt ein Spezialitärenkost drauf, wenn man es nicht über den Computer gemacht hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. motherf ORDRK w ball